was hier alles ist ja trostlos kaktus giftig brauchen wir nicht mehr pilzschimmel in diesem moment auch egal stern knolle ja ich würde sagen wir gehen erstmal hier in die basis wo wir noch nicht waren heute mühsam heute ist es sehr sehr mühsam aber wie ich das sehe können wir heute abend ja noch eine session machen dann geht das für der moment keiner zu es lohnt sich auch nicht wir sind jetzt in der rochessky station hier schnappen wir uns das dann immer wichtig dann weil wir frost kristall gekauft haben wie viel haben wir aus dies lohnt sich das lohnt sich nicht nehmen wir machen einfach gleich weiter was wir gucken könnten jetzt was hier anhandel ist wörter brauchen wir keine mehr im moment 20 genau 20 genau ein vollen lot abelbaum eines ferrit und wir holen uns das alles weil wir haben uns ja genug geld erschummelt wir wollen ja gleich ein bisschen was bauen also ist das wichtig und hier kriegen wir dann auch gleich regulationsdaten und 2 so mal gucken nein das war diesmal richtig 16 prozent können aber was haben wir denn hier eigentlich auch mal nicht können wir gut gebrauchen können wir verkaufen wo ja machen wir nicht jetzt wir bauen wie viel können wir dann kann ja fast nichts mehr schief gehen technologie aufgelernt okay das ja das bekommen wir alles zunächst erst mal gehen wir hier in die anomalie und schauen nach den antrieben damit wir wissen was wir sammeln müssen so läuft ja auch wieder alles super ich mache heute auch jetzt erstmal nur 2 stunden den rest machen wir dann später vielleicht bin ich dann auch ein bisschen fitter und ein bisschen wacher ich bin nicht so ja ich bin so ein bisschen in der spüre aber mit diesem treibstoff sollten wir und da wo der ist es ja noch mehr ne sollten wir ja durchaus das wäre nämlich was ganz tolles warte erst mal das da wieso war ich hier war hier war ich schon wir wollen für die schiffe also ich muss mit ihm reden gut raumschiff upgrades nein das brauche ich nicht das ist der cadmium für rohe systeme den können wir uns kaufen kabelbäume kaufen dann zunächst auf da wissen wir ja gibt es hier welche aber auch gleich noch mal zurück dann doch da wollte ich hin expedition also roter stern brauchen wir blauen stern roter stern blauer stern wo man noch eins nein das ist das falsche ich muss mit ihm sprechen hab alles wieder vergessen innerhalb von zwei sekunden so das ist der ja gut ich brauche auf keinen grünen aber dafür muss ich ja das kaufen ja ach mal und dafür muss ich ja den kann ich ah ne den kann ich bauen das ist gut ich brauche also nur mengenweise kabelbäume die kann man sowieso nicht bauen das heißt ich kaufe kabelbäume und baue die ein können wir nämlich einen schnellen abstecher machen und haben dann schon mal schnell zwei ja hier ja hier auf das system genau ja das ist klar kabelbäume 20 das ist teuer aber wir haben sie technologie installiert Ähm, warte. Der Hyperantrieb. Ja, rote Sternkörper. Ah, ja, ist ein doof. Mhm. Machen wir das schnell, so als Nebenbeiflug, erstmal auf einen roten Stern. So, am besten irgendwas. Was da irgendwie auf dem Weg steht. Gucken wir vielleicht den. Natürlich nicht. Den. Der sieht rot aus, ne? Müsste ja jetzt gleich schon, ähm... Vielleicht kann ich jetzt nicht gucken. Ja. Dann schlappen wir uns auch davon nochmal die... Anomalide-Detektor. Überlegenes Startstüßen und tragbarer Reaktor. So, was bitte ist ein tragbarer Reaktor? Ja, den hab ich. Startschubdüsenmodul. Mhm. Ja, ist da echt blöd. Mhm. Und was bitte... Ist der... Ist der... Wo ist dieser tragbare Reaktor? Moment. Da ist er doch tragbarer Reaktor 1. Ah, da ist er ja. Ah, das ist das Ding. Das ist sehr teuer. Das ist gut. So, lass mich raten. Wir haben hier ja wie immer... Keine Basis. Haben wir denn hier... Planeten. Ja, schäumend. Ausgetrocknet. Gelassen. Zuggefroren. Frostige Böen. Basaltplanet. Basaltplanet. Wir gucken, dass wir irgendwie einen blauen Planeten finden. Finden wir den? Ja, nein. Ja, der ist blau. Ja, der ist da vielleicht auch... Jawohl. Gleich... ...nochmal... ...Belohnung. Üppapro. Gucken, was der ist. Häufige Blizzards. Das ist mein Planet. Aber erstmal... Na toll. Dankeschön. Hatte ich schon. Den brauche ich gleich. Hm. Habe ich auch schon eins, aber egal. So, dann... Nein. Pilzplanet ist uninteressant. Ach, wir fliegen erstmal ganz kurz in die... Base. Base. It's all about the base. All... Äh... Äh... Oh, nein. Wir schaffen nichts. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Oh, blöden. War nicht so einer. Hm. Traggegen. Gut. So, das war der Eingang. Okay. Go, go, go. Ja. Ja. Gut trinken. Okay. 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 So, das war der Eingang. Aber, als wäre... Well, ich glaube, der Eingang. Okay. Mhm. So, machen wir noch ausnahmsweise, wenn wir da oben was. Man weiß ja nie, was noch kommt. Und wir verkaufen das Zeugs, was wir nicht brauchen. Äh, das wollen wir nicht. Könnten wir eigentlich. Also, das nicht. Das installieren wir. Das heißt, wir gucken. Mhm. Nein. Das verkaufen wir, glaube ich. Ja, ja. Nicht so wichtig, aber egal. So, das hätten wir. Wir verkaufen eine Kleinigkeit. Was macht denn meine Anid überhaupt? Ja. Er tritt ein schwarzes Loch. Bände ein Portal. Reicht das vierte Treffen? Nein. Wo ist das mit dem Nanit? Äh, gut. Wir schnappen uns jetzt mal. Nicht dunkle. Scherbenmond. Aha. Können wir Indium holen. Ich brauche keinen Indium. Bisschen Abstand mal. Das ist er. Ich könnte wetten, hier gibt's endlich meine Faustkristalle. Also nicht Faustkristalle, Quatsch. Sturmkristalle. Wir gehen auf die dunkle Seite, weil die sieht man tatsächlich besser, wenn's so ein bisschen dunkel ist. Das ist ein ins England. Ich glaube, das ist hier sein. Juist.